Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Bitcoin geht seitwärts die letzten Tage. Wir werden darüber reden, was passieren wird. Werden wir nach oben gehen oder werden wir runterbrechen? In der nächsten Zeit, das werden wir in der heutigen Sendung besprechen. Ja, das wird sehr beängstigend. Aber lass uns hoffen, dass Bitcoin die richtige Bewegung macht und weiter nach oben geht. Aber wir haben Nachrichten. Und die sind nicht sehr positiv. Aber wisst ihr was? Alles kann eintreffen, weil das ist Bitcoin. Alles kann passieren. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, wenn ihr tradet da draußen. Weil Bitcoin wird das Gegenteil machen, was du denkst, jedes einzelne Mal, wenn du versuchst zu traden. Also du musst sicher gehen, dass dein Stop Loss sitzt und dass du genau das richtige Risikomanagement hast. Weil, oh Mann, das geht auf und ab. Und wir haben das schon mal gesehen. Nach der letzten Sendung der Markt ist einfach nur einfach nur hochgegangen und dann wieder runter und dann wieder ein bisschen hoch und dann wieder runter. Das war komplett verrückt. Lass uns darüber reden. Und wenn dir das Video gefällt, drückt, gefällt mir und abonniert. Und natürlich auch, schaut euch die Nachrichten an, weil wir werden auch ein Nachrichtenvideo machen. Weil ich habe ein paar Sachen, worüber ich lästern möchte, in den Nachrichten. Also lass uns jetzt rübergehen zu den Charts und lass uns sehen, was abgeht. Also, wir können sehen, wir haben darüber geredet. Ihr könnt sehen, auf der stündlichen Chart, das war einfach nur brutal. Hast du hier geshortet, wurdest du ausgelöscht. Bist du long gegangen, wurdest du ausgelöscht. Es ist wieder zurückgekommen, auf dieser stündlichen Kerze. Hier haben wir das. Auf dieser stündlichen Kerze, die hat hier geöffnet und ist erst nach unten gegangen und dann direkt wieder nach oben. Und dann natürlich, als du hier long gegangen bist, bei diesem Ausbruch, hat es sich komplett ausgelöscht. Und dann ist es zurückgekommen, also wenn du hier short gegangen wärst, hier unten, und du hast gedacht, ja, das geht nach oben, hat es sich einfach ausgelöscht. Dieser Markt. Und das war einfach nur brutal. Diese Situation. Also jetzt gerade müssen wir warten, bis wir sehen, dass Bitcoin über diesen Bereich geht, über dieses neue Hoch, was wir gebildet haben, bei 39.142, um zu sagen, dass wir weiter nach oben gehen. Und wenn es diesen Bereich durchbricht, also zumindest müssen wir eine stunden Kerze darüber schließen, aber wir können sagen, dass das Ziel, das wir haben, ist genau die Spitze von diesem Bereich bei 42.591 ungefähr. Das ist, wo unser Ziel ist, wenn wir hier ausbrechen. Aber natürlich, das ist eine sehr bärische Situation. Und warum ist das so? Weil wir sehr viele niedrigere Höhen haben, zu viele. Zu viele niedrigere Höhen, also wir haben M's überall, um zu sagen, dass es weiter nach oben geht und dass es positiv wird. Also mit dem gesagt, wir müssen das in Betracht ziehen, dass wir hier auch weiter nach unten ausbrechen können, aber ich würde warten, bis es bestätigt ist und seid immer darauf vorbereitet, auf eine fehlgeschlagene Bewegung resultieren in eine schnell in die gegenüberliegende Richtung. Wenn wir unter diesen Bereich gehen und das wäre bei 37.400, ich glaube, dann können wir sehen, dass wir weiter nach unten gehen, weil wir am Ende von diesen Abwärtstrends sind. Also könnten wir sagen, das wäre der Bereich, dass es wirklich nach unten geht, in diese Richtung. Aber es gibt natürlich keine Garantie vom Management. Macht eure eigenen Recherchen und setzt euren Stop-Loss. Also wenn ihr das shortet, auf diesem Ausbruch, also wenn ihr das hier shortet, wenn das ausbricht, dann müsstet ihr einen 2% Verlust nehmen auf diesen Trade und dann nimmst du ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis, den ganzen Weg bis zu 35.000 und ich glaube, das ist da, wo das höchstwahrscheinlichste Ziel für Bitcoin ist und da könnt ihr das sehen. bei 35.500. Also wenn euch das interessiert, das zu traden, dann könnt ihr das tun, indem ihr rüber geht zu buybit.davincij15.com oder wenn ihr einfach nur Bitcoin kaufen wollt, dann könnt ihr das auch machen bei buybit.davincij15.com Also ja, mit dem gesagt, wenn euch das auch interessiert, den Rock'n'Brain'er Indikator zu benutzen, wenn ihr euch das Interview angesehen habt, dann habt ihr gelernt, dass ihr nicht nur jedes Signal nehmen könnt. Sehr viele von diesen Signalen sind falsche Signale und sollten ignoriert werden. Wenn wir in diesen Trends sind nach unten, dann müssen wir die Verkaufssignale nehmen und nicht die Kaufsignale. In einem Abwärtstrend. Wenn wir uns jetzt die Kaufgelegenheit suchen, wenn wir long gehen wollen, dann willst du warten, bis es über unserer Situation ist, vielleicht auch ein 2% Verlust, wenn wir falsch liegen und dann ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis und das gibt uns sehr viel Raum nach oben und das Ziel wäre bei 42.500 und wir können unser Ziel setzen bei 40.800 und dann vielleicht unseren Stop Loss in 50% Bereich und dann zu sehen, ob wir noch mehr von dieser Bewegung bekommen. Okay. Also lasst uns rüber gehen zu Ethereum und lasst uns sehen, was bei Ethereum abgeht. Ihr könnt sehen, Ethereum ist immer noch in diesem Abwärtstrend, aber wieder mal. Wenn du dir die letzte Sendung angesehen hast, dann musst du aufpassen mit diesen Signalen, wenn du haufenweise Signale siehst, das ist nicht wie du tradest. Du nimmst nicht jedes einzelne Signal, weil so wirst du einfach nur zerstört. Das ist genau das Falsche. Es gibt kein Indikator, der dir 100%ige Gewinne gibt auf jeden einzelnen Trade. Also geht sicher, dass ihr andere Gründe findet, warum ihr diesen Trade öffnet. Wie zum Beispiel, der Trend ist dein Freund bis ans Ende und das ist ein gutes Beispiel. Wenn du den Trade setzt, setz ihn auf den Trade und wie ihr sehen könnt, der Trend geht nach unten also du bleibst bei diesem Trend und suchst die Signale, die Verkaufssignale sind. Also wenn wir uns das ansehen, dann können wir sehen, dass wir immer noch in diesem Abwärtstrend-Kanal sind, auch wenn auf der 4-Stunden-Chart haben wir einen Abwärtstrend. wenn dieser Trend hält und wir weiter hier hochkommen, das wäre super. Um das zu sehen, aber keine Garantie vom Management, lasst uns sehen. Ich glaube, wir bilden hier ein Dreieck auf dieser Zeitebene, ob wir jetzt schon an der Spitze sind. Ja, eigentlich ist es ein Wedge, aber ihr könnt sehen, wir sind in der Spitze, also wir werden irgendeine Bewegung sehen, bei Bitcoin ohne Zählung, entweder nach oben oder nach unten. Aber lasst uns die Bouldinger Bands ansehen, ob die sich etwas zusammenziehen, nicht sehr. Aber wir können höchstwahrscheinlich sehen, aber leider, ich glaube, dass dieser Indikator uns sagt, dass wir uns hier umdrehen. Also wir können sehen, dass wir uns höchstwahrscheinlich weiter nach unten bewegen. Also viel eher, als dass wir nach oben gehen, leider. Also mit dem gesagt, wir können auch sehen, wenn wir hier durchbrechen, durch diese Trendlinie, dann können wir sehen, dass wir ungefähr bei den 2.000 Dollar, 2.200 Dollar unser Ziel wäre. Sollte Ethereum hier runterbrechen, leider. Also ich möchte hier nicht bärische Nachrichten verbreiten und sagen, dass wir hier runtergehen und was es machen wird, leider. Aber das ist der Fall. Dann gehen wir zu dem 2.200 Dollar Bereich. Oder 2.175. Also ja. Wir müssen das akzeptieren, aber gibt es hier ein positives Licht, ein Licht am Ende des Tunnels? Lass uns sehen. Ich sehe jetzt gerade keinen. Vielleicht können wir auf die höheren Zeitebenen gehen. Bei auf der 4 Stunden Chart gibt es gar nichts. Kein Sonnenschein. Absolut gar nicht. Also lass uns auf die tägliche Chart gehen. Auf der täglichen Chart, lass uns sehen, das 200-Period-Moving-Average ist hier der Widerstand. Und wir können auch sehen, dass es hier definitiv einen Abwärtstrend gibt, den wir durchbrechen müssen. Diesen Abwärtstrend genau hier. Also wir können nicht hier nochmal hoch. Wir müssen da durchbrechen. Zu diesem Zeitpunkt. Also ihr könnt sehen, wenn wir nach oben ausbrechen, dann können wir vielleicht den ganzen Weg bis zu den 3.600 Dollar. Ungefähr. Aber das sieht nicht sehr gut aus. Als ein wahrscheinliches Szenario. Wenn wir hier durchbrechen, dann können wir sehen, dann müssen wir noch weiter runter gehen. Unter die 2.700. Um wirklich zu sagen, dass wir weiter runter gehen. Also dann reden wir hier von dem Bereich. von 2.609. Und dann können wir sagen, oh, wir gehen weiter runter. Bis zu 2.000. Oder möglicherweise 2.200. Als eine Möglichkeit. Also wir müssen abwarten, bis wir sicher sind, ob wir weiter nach oben gehen. Und das wäre, wenn wir über Also lass uns auf die 4 Stunden Chart gehen. Ich würde sagen, wenn wir über über den 2.000, fast 3.000 Dollar Bereich, dann können wir sagen, 2.980, also 2.980, dann können wir sagen, dass wir weiter nach oben gehen, bis zu den 3.600. Keine Garantie vom Management. Macht eure eigenen Recherchen und eure eigenen Entscheidungen, wie ihr das traden sollt. Okay, also lass uns rüber gehen. Zur Dominanz. Oh Mann, das sieht nicht sehr gut aus. Nichts Grünes. Oh Mann, das ist schrecklich. Und die Dominanz, zumindest dreht sie sich etwas um. Das ist ein gutes Signal. Wir wollen, dass es sich umdreht. Und wir wollen, dass die Altcoins abheben. Und wir können sehen, wir kommen hier an die Spitze, wo das sich hier entscheiden muss, ob es nach unten geht. Und wir eine massive Altcoinsaison sehen oder ob wir weiter nach oben gehen. Und die Altcoins werden einfach nur sterben in der nächsten Zeit. Also lass uns sehen. Also das wird eintreffen vor Ende des Monats. Werden wir irgendwas sehen. Mit den Altcoins. Also lass uns sehen, was eintrifft. Weil jetzt gerade kann man das nicht ausmachen, ob wir nach oben gehen oder nach unten. Das sieht etwas bärisch aus, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt das auf sehr vielen Portfolios sehen, aber das ist egal. Wenn die Altcoins zerstört werden, dann müssen wir einfach nur warten, bis es wieder Zeit ist, um Altcoins zu kaufen zu günstigen Preisen. Und wir müssen einfach abwarten, bis dieser Tag eintrifft. Höchstwahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern, bis das eintrifft. Weil wir müssen warten, es wird höchstwahrscheinlich bis zum 50%-Bereich dann gehen oder sogar schlimmer. Bis zu den 57,56% bevor wir dann sehen, dass es sich umdreht. Oh Mann! Hoffentlich trifft das nicht ein. Wir wollen es unter den 39%-Bereich sehen, aber nichts anderes. Aber das ist einfach, wie sich der Markt bewegt. Aber wenn wir zu den 57% gehen, das ist in Ordnung. Wir benutzen die Little Old Lady Strategy, um Coins zu kaufen und die Hälfte bei einer Verdopplung zu verkaufen. Und wir nehmen unsere Profite in Bitcoin, weil wir möchten die meisten Bitcoin haben und nicht so wenig wie möglich. Also das ist, was wir wollen. Danke, dass ihr alle geschaut habt. Danke, dass ihr hier seid. Und denkt dran, schaut das nächste Video, das Nachrichtenvideo, das wird sehr viel Spaß machen. Ich werde sehr viele Witze machen. Okay, danke, dass ihr geschaut habt. Ciao! Ciao!